Und du willst jetzt heute durchmachen, oder was? Wegen dem Zahnarzttermin am Mittwoch? Meinst du, das schaffst du? du willst das schaffst du? Aua! Du wundercommigst du, dass ich immer wiederleben werde. Aber du wunderschön wunderschön? Also ich kann theoretisch mitmachen, aber ich muss morgen früh für ungefähr ne stunde kurz weg Das Jumpte, das du wehrst, sieht schuldig aus. Das ist nicht ich, es ist hier in deinem Buch. Auf anderen Menschen sieht es gut, aber hier ein Wissenschaftler hat notiert, dass auf dich sieht schuldig aus. Also, was weiß ein neckbeartiger altes Ingenieur über die Fashion? Er wahrscheinlich... Oh, warte, es ist ein sie. Sie, still, what does she know? Oh, wait, it says she has a medical degree. In Fashion, from France. Oh, oh. Oh, 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 oh. Aua. Arschkrampel. Verdammt. Okay. zah семel ein zwei zahre 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 ich ein ein dort sind zahre zahre zu zahre das Ah, genau. NOOOOO! I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. I have a surprise waiting for you after this next test. A surprise! Surprise, motherfucker! Well, this does have wolfies. Are you still there? Are you still there? Doop-doodoo! Doop-doodoo! It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Okay... Oops... ... 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 I bet you think I forgot about your surprise I didn't in fact we're headed to your surprise right now after all these years I'm getting choked up just thinking one cake one cake I made it all up surprise mother fucker oh come on if it makes you feel any better they abandoned you at birth so I very seriously doubt they'd even want to see you okay I don't know no I don't know laser fufu fufu okay fufu 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 from and Okay clean if комп Okay. Da ist keine Wand. Da ist auch keine Wand. Hey, gucken wir mal nochmal. Jumpen beide und fliegen. Ah, guck mal dahinten. Boing. Jawohl. Diese verdammte Roboter geht mir richtig auf die Eier. Jetzt werde ich hier fertig machen. Ah, das hast du jetzt davon, alter. Auf die Genüsse zu gehen. So. Soweit sind wir schon. Was fehlt uns jetzt? Irgendwas fehlt uns. Aber wasch. Ach, der Laser ist nicht getroffen. Ich fühle mich über diese Überraschung. Ich erzähle dir was. Lass uns die Eltern ein Telefon an. Die Eltern, die Sie versuchen zu erreichen, nicht lieben Sie. Bitte schau mal. Oh, das ist schade. Aber beeinflusst. Vielleicht haben sie mit der Telefonie gearbeitet. Die Topik. Wie geht's das? Hey, wie geht's das? Ich fange meine Fahrt nach der alten Nanobot Werken jetzt ab. Die sind echt, sehr... Ich kenne, Jerry. Ich bin auf der Freude, Mann. Auf der Freude. Ach, entlang in daein für fünf noch... What, Jerry? Du kannst mich für das nicht weiterentwickeln. Ja, Geri. Oder vielleicht sollte dein Verwaltungsstück ein paar von meinen Stücken haben. Danke für das Verwaltungsstück, Geri. Bis zum nächsten Mal. Schau mal, schau mal, für fünf mehr Schäber. Fünf Kammern sollen wir noch mal... Na den, bin ich ja mal gespänt. Hm, und du hast schon seit einigen geblieben. Also ich denke, es ist eigentlich ziemlich lustig, wenn du die Mathen machst. Hm. Ah, ich erinnere mich... Das ist diese bekackte... Ähm... Oh, da hab ich damals schon ewig dran gesessen. Wow. Okay. Hol uns erstmal den Würfel. So... Und den... Müssen wir den Laser auf die Seite bekommen. Da ist auch noch ein Würfel. Okay. Okay. Ach shit. Verdammt. falsche Richtung. Ich muss da oben... Obwohl, nein. Das wäre Quatsch. Ich muss da hin. Nein! Ich mach's mir wahrscheinlich wieder mega schwer. Aber... für... So, was haben wir damit jetzt aktiviert? Huh. Das muss man. Das muss man. Äh, okay. Ja, ja, irgendwie kriege ich es immer hin. Ich habe nur leider die Befürchtung, dass es sehr kompliziert wird. Fuck. Ah, leck mich doch. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt müssen wir irgendwie da oben an den Scheißwürfel rankommen. Nein, das war scheiße. Nein. Das war knapp. Nein. Fuck. Okay. 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 Ja. Jawohl. Yay. Okay. 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 So. Okay. 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 Okay.